Wenn gleich noch zwei Leute von euch Bock haben, ihr könnt einfach mal reinschreiben. Vielleicht finden wir noch zwei cool Leute. Aber wie arsch ist der Arsch? Wie gut ist das Matchmaking gerade in Unite? Schon sehr, sehr arsch. Also mach am besten Stacking. Na gut, wenn ich es gleich noch hinbekomme, es auf Stacking zu switchen, dann switch ich noch auf Stacking. Ich werde es so bereuen. Wir machen ohne Token, ja, ja. Zwei bis zwei Stacks sind genug. Okay, 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 okay. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ich habe auch jetzt schon wieder ein bisschen her, weil ich Unite gespielt habe. Das letzte Mal war ich im Sabaton irgendwann. Aber ich habe Bock. Morgen, ansonsten 20 Uhr heute ist der dümmste Flieg, da sind wir am Start. Und morgen schauen wir in Indianapolis, VGC Day 2. Heute Day 1. Das ist meist nicht so ultra spannend. Also sind natürlich auch ein paar geile Matches, aber wir schauen ab morgen rein. Du Maus, Kay, du Maus. Jetzt war ich schon sehr, sehr arsch. Ja, sehe ich. Okay, also Stacking über Amp dann wahrscheinlich, ne? Achso, und wahrscheinlich kein Potion, sondern... ...sondern... ...Flash. Okay, 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 okay. Ja, danke schön für den Resub. Danke, 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 danke. Und wir sollten natürlich keine Special-Ruhe mitnehmen. Das ist schon physisch, ne? Ja, ja, muss ja. Physical Stack. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Wie das läuft. Es gibt aktuell den Dings-Skin, ne? Den Battle-Pass-Skin. Nein, habe ich nicht. Ansonsten muss ich irgendwas wissen? Nö, ne? Ich glaube nicht. Nee, das Twitch-Abo... Ja, doch, sollte sich eigentlich mal alleine verlängern. Ja, ja, doch, 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 doch. Habe ich ein Dings? Ein Dash? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht, womit ich starte. Ich starte jetzt mit den Twitch. Habe ich... Ist es ein Dash? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, wird schon schief gehen. Ich habe sogar ein Dash, lol. Damn. Hätte ich wahrscheinlich am Anfang so über die Wand dashen können. Kannst du dein Boosted-Out über die Wand? Ah, Dash geht auch. Okay, okay. Ich will gar nicht für die Jospa sein. Yo, Frankie, was geht? Oh. Ja, solange Michi nicht da ist, passt eigentlich, oder? Jürgen Karpador, wie cool der aussieht. Nein, ich habe rauslöschen sollen. Warum kam mein Flash nicht durch? Ihr habt gesehen, ich habe sogar mein Flash gechallenged, aber er kam irgendwie nicht durch. Damn. Papa. Er ist irgendwie so ein Huhn. Aber ihr habt das da oben. Maker seid ihr. Ihr seid doch absolute Macher. Aber man entwickelt sich für die Jospa auf sieben wahrscheinlich. Oha. Never mind. Das ist so eine Bombe. Muss man Stacks auf die machen? Ah, okay. Man kann die selber aktivieren. Macht man Stacks auf den Gegner mit der Bombe? Ist es so Tristaner mäßig? Oder ist sie von alleine schon stark? Wovani. Musst du einmal Damage machen, dann ist sie ein Herz. Okay, okay. Also schon so Tristaner, aber so instant Tristaner. Scheinbar. Achso, das waren wir, ne? War nicht schlecht. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Plan, was ich da gemacht habe. Aber es hat irgendwie funktioniert. War das nicht stacken? Ich habe sechs durch. Das wollte ich nicht. Okay, habe ich den Kill noch? Hä? Ne, habe ich nicht, oder? Doch. Der ist doch gestorben. Lol. Das war eigentlich nicht meine Intention. Ne, warte, der war gar nicht bei uns, oder? Der war so, ach, keine Ahnung. Ich wollte ihn nicht holten. Aber irgendwie habe ich es dann doch getan. Tut mir so, als wäre es Intended gewesen, ja? Okay, Double Team bringt mir ja so eigentlich gar nichts. Der macht ja nichts. Der greift ja nicht an, oder sonst irgendwas. Gehe ich jetzt einfach mal klar davon aus. Hm, ja. Hm. oh mein gott holy shit das war gar das old wahrscheinlich ja so ein paar kann ich noch so ein paar quaffer formen auch nicht mehr alle ein klo prämier aber ich gar nichts so außerhalb von also der schon strong so außer dass ich mich damit brauchen kann ich muss erst mal da komplett reinkommen also das ja ich sehe potenzial auf jeden fall erstmal reinkommen bot werden auch so hart verkauft direkt im avac day ok 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 warum gibt er ab so unnötig Warum... Das war so unnötig. Das war so gottlos unnötig. Oh. Gehe ich immer zu meinem Dings, zu meinem... Dorthin, wo mein, ähm... Ding ist? Also die Ult ist die immer auf meinen... Mein, 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 mein Dings. Auf mein, äh... Auf meinen Schatten. Doppelgänger Dingsbums. Ich check von uns mal. You can do ganz normal aim. Okay, 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 okay. Spacey, die Kine. Oh, on. Sollte passen. Du kannst in der Ult flashen. Dabei solltest du meistens benutzen. Okay, 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 okay. Eici, 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 eici. Okay. Ich ulte mal wahrscheinlich nicht mehr, auch wenn ich's wahrscheinlich könnte. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu risky, ne? Fäckig. Ein Stack. Wir können... Kriegen Top dafür. Vier Stacks, auch ganz schmacko. Warte. Ja. Nüttert und noch 20 reinbekommen, okay. Okay. Ich weiß nicht, wo es geht, eigentlich. Ja, Schmack. Und noch ein Reg-Ziel. Geil. Da sind alle tot. Außer Mewtwo. Das war gut. Hey, oh da... ist jetzt irgendwie nicht so geil wir müssen irgendwie was machen wahrscheinlich ich mal stark von aus wir sollen auf nachtiges ult warten scheinbar aber ich fang an die fang an die fang an die fangen nicht nur an die finnischen wir finnischen ich finnische feier diesen dicks diesen dort den man aktiviert let's go let's go let's go franke jonas wollte ja auch mitmachen die bock crouching ist wirklich banger damage gibt es das auch in schwer wir auf den weg sind so ok 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 dann haben wir gleich schon mal jonas dann vielleicht noch mir das oder so je nachdem der bock hat ich glaube wir sind gleich schon voll ich habe damage geschaut ich glaube schon richtig gut ich glaube ich habe schon richtig richtig gut will ich lieber mal vorbereiten für den titel für poko und learen oder so ach quatsch entweder ich gewinne es oder ich gewinne es halt nicht aber so wichtig ist mir das auch nicht dann die licht sage waren die dann die licht fahre dort ziele zu verteidigen ja das ok ich bin konfident dass ich genug weiß und wenn es am ende nicht reicht dann reicht sich dann ist das ok verlässt das volk hat ordnung so sehr hockt mich dann als so wichtig ist mir dann eines tages auch nicht dann haben wir wo wir bleiben noch an und dann holen wir noch george dran ja wie gesagt also sollte ich von jena ist halt so ganz haus auf deinen sieg gewettet bitte nicht verlieren muss auf main wenn da drin ist warum das ach so weil der master ist ne geht es also funktioniert ist ich habe keine ahnung es ist expert ok 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 aber veteran und master geht oder wie geht das master ok ok ich würde wahrscheinlich weiter erst mal ein bisschen masker zu üben wenn es okay ist für euch also im jungle bist du bist du jahre jonas ist leider schon voll vielleicht später noch aber die tage vielleicht auch baby aber jetzt gerade erst mal voll und dann würde ich jetzt maskagato erst mal ein bisschen üben ich muss ja jetzt die neuen character erst mal so ein bisschen ein bisschen ein bisschen schreien ein bisschen üben ein bisschen reinkommen wieder die ganze character ich verpasst habe eigentlich los das geht und da bringt es natürlich nichts wenn ich einfach gamer na klar da bringt es natürlich nichts wenn ich charaktere was auch im bilder sieht aus wie mein screen kaputt verspiele ich ich glaube kannst auf der lane spielen was willst als mensch spielaufgang da ich habe auch einige nachzuholen aber ich nehme die zeit die zeit jetzt haben jetzt ein bisschen masker gato um da reinzukommen und dann sind wir da ready to go welche programm noch immer aus legios auf jeden fall noch gar dass ich auf jeden fall schwein meter groß habe ich gar nicht gespielt mir leider hatte ich nicht gespielt ich habe ich auch noch sehr wenig gespielt den würde ich vielleicht auch noch mal zocken den rest kennen wir eigentlich alles noch ich habe halt nicht so viel verpasst oh das ist dieses full-dings-team voll defense team das habe ich auf twitter gesehen werden so tryharden das ist okay nah das gemacht wendy ok 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 Oh, 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 oh. ja oh mein gott holy shit aus green w5 so stark achte scheiße dass wir einen youtube kanal für mich übernehmen Ich sehe da Potenzial. Wir sollen wahrscheinlich nicht breaken, I guess. Ich würde wahrscheinlich gerne noch Stacks stacken. Ein bisschen. Wir sind wohl Edicke Gamer, wie es ausschaut. Ausschauend. Ich kann auch runtergehen. Ihr habt es da oben. Hallo WM, was geht? Wir sind leider schon voll. Wir sind leider schon voll. Ich weiß nicht, ob später irgendjemand geht, aber jetzt, Stand jetzt sind wir erstmal voll. Ja, ormi. Warte, ich kann noch stacken. Okay. 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 Ich dachte, ich bin da so unverwundbar, aber ist nicht so wirklich unverwundbar, ne? In der Ult. Ich glaube, er hat immer nur so das Gefühl. Wurde raus. Okay. 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 Scheint aber vielleicht die Freeds zu sein. Kommt keiner. Und der Sound war anders, oder? Ich habe noch gar keinen Ult. Nein, ich dachte, ich hätte schon Ult. Bis später Nebel. Bis später. Ich dachte, ich hätte meine Ult schon. Jung startet. Das ist so eine Kacke. Entschuld. Ich glaube, ich hätte mit denen verhalten sollen. Ja. So, my bad. Sorry, Leute. Aber, sehr gut. Ja, das ist gut. Ich hätte ja mit euch verhalten sollen, bei my bad. Ja, cool aussieht, ist immer eigentlich ganz gut. Das klingt schon nicht verkehrt. Ich glaube, es ist nicht durchpressen. Oh, grinned. Ich weiß nicht, wie überhaupt das war. Oh, Dankeschön für den Resort. Sehr, sehr, sehr appreciate it. Dankeschön. Danke für 13 Monate, vielen, vielen Dank. Oh, Botlane ist Action. Ja, wenn Jonas so um die 50 Reime kommen, wäre huge. Trevenant ist die erste in zwei Sekunden back. Das sieht gut aus. Schönes Ding, schönes Ding. Ja, wenn du da bist, ist okay. Ich glaube, da musst du jetzt da, ne? Ja, 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 ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Die können ja nicht runterrushen. Das war's. Das war's. Das ist geil. Oh, green oben. Ja, ist ein bisschen nervig, aber ist okay. Das ist gut. Das ist gut. Okay, 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 okay. Schön, 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 schön. Wir müssen halt was machen, ne? Wir müssen jetzt halt... Sturzock ist tot. Können auf jeden Fall was starten. Green Squad, ist okay, ist okay, wir können feilen, wir können... Oder machen, eins von beiden, ja, beides. Alles, weiß drauf, was muss man die tun, ja. Ich weiß, was... dieses blaster ist what the fuck also ist der pain kommt dagegen zu spielen ist schon painful aber ja ich finde der rei quasi fight hat sich trotzdem relativ strong angefühlt hier ganz einfach alleine und dafür hast du sehr guten job gemacht nach dem wunderbaren job dafür hast du doch einen wunderbaren job gemacht das blaster ist von dem war crazy das ist ja echt wild man kann man kann true cringe ja ich habe schon mitbekommen von von legios so ein bisschen was aber ist es so ist es legit so dass ist die lukari und so auf dem funktioniert wurde das gefixt oder das giga drain gegen fallings irgendwie so gegen alle fallings funktioniert also ist es so ist es gefixt ist es back ist es gewollt das ist halt crazy das ist anscheinend gewollt ist der ansonsten zu krass oder wie ich meine ich habe gesehen dass er trotzdem sonst echt übel geile werte hat ich glaube der wäre schon sehr unfair wenn er die interaktion nicht hätte okay 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 ich bin sehr gespannt johnson pack ihn aus ich will ihn sehen zeig mir deine jungs komfi komfi legios meinte sind ab schon am witzigsten gegen den handy fern mal plage was geht ich bin freeze die free stacks von den kleinen stun den großen ist einfach sechs sekunden gefreezt ist das geil ist das wild jungen der musik ist ja übersüß man musste los so der dümmste fliegt boah ich habe keine ahnung ich will wahrscheinlich so viele vor ready sein ich würde wahrscheinlich gerne die nächsten tage immer mal so daily so ein zwei stündchen unite spielen da können schon mal darauf einstellen ehrlich gesagt sehr hart bock drauf dann haben wieder ein bisschen back zu kommen holufa was geht wenn ihr halt viel schlechter seid dann können wir halt nicht zusammen ranken ist halt das problem das ist halt das große problem das sollte schon drin sein ich würde gern schnell wieder master kommen und dann halt entspannt klein und ich will auch unbedingt dings also jetzt gerade veteran aber wahrscheinlich die nächsten tage schnell wieder master also sonst eigentlich immer master aber normals ist ja bei normals sehe ich mich leider gar nicht ist das krank doch wo wir einfach ein bisschen klein da bin ja scheiße ja aber das kann man easy lernen ist ja wirklich und da kann man voll easy lernen ich will wahrscheinlich nach dem game mal was anderes spielen ich will wahrscheinlich nach dem game mal was anderes spielen das gefühl ich bekomme langsam ein gefühl dafür noch nicht wirklich hundertprozentig gut aber mir ist erstmal wichtig dass ich weiß was die charaktere können das ist erstmal so das wichtigste game destroyed ah ich hab den slide schon vom ding abbekommen das ist auch schmerzhaft das ist auch schmerzhaft ok 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 ja ok 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 Nur kurz mal neun Aber ja, das ist sehr gut Guter Damage Schön Wuh Ein bisschen Angst Schön Okay Dass er auch null in die Richtung ändern kann oder so Aber ich hätte nicht ein Ding sein sollen Hab ich Hab ich nicht gewählt Okay, 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 okay Schön 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 Ich hab so getarriet Dafür flash 1, 1, 1, 1, 1, 1, aber ich musste leider gerade rausflaschen Hm Okay Okay Es ist so low! Okay. Hat Jonas da gerade 60 Punkte? Das ist ja crazy. Ja, check ich. Eigentlich ist es kein Mehrpunkt da. Okay. Okay. Oh, okay. 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 Okay, okay. So, what are you doing? Okay. Let's go. Okay, okay. So, what are you doing? Das war's für heute. Ach du Scheiße, macht der viel Damage. Sehr schön. Ich glaube, ich sollte ja mit Flower Trick auch zum Secure nutzen, ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein guter Secure und nicht um Damage zu machen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. man reicht jetzt hier ok 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 ich lerne ich lerne wieder ich danke dir auch sehr jetzt wirklich das ist super super lieb das mit game coaching ja ich war auch dabei aber ich habe mich auf die runde geist kein uses gefühlt ok schauen wir mal was anderes so haben wir 1929 ja ein game können wir noch machen ein game können wir noch machen ich denke mal ich denke mal sowas wie kapador kann man kann man nicht dann könnte ich auch verlangen gehen mit bock kapador zu spielen wo spielt man den top bot das ist wirklich einfach wenn wir uns getestet hast und im jungle ja das ist im jahr 6 minuten start die vorbereitung bei floh ich habe bei floh nicht bei mir seine stelle gerade aus und geht noch fit ok das war jetzt nicht mal entspannt eine danach bereitet mich auch selber bisschen vor okay das heißt der bekommt zu seiner form wenn er den ganzen dankiert aber der kommt zu spät zu dem wie gesagt schon für den risa wo ich habe es wieder gut geht dann für die jungle das heißt hier mit k nach oben wie bekomme ich meine form was muss ich machen einfach tasten drücken was soll ich picken ich weiß nicht was denn gut mit garados monstweiten gehen um uns geben mehr punkte aber wenn du gerade nichts hauen kannst kannst du auch in der luft umschlagen ok klingt gut das klingt funny die flails flash dragon breath bounce das ist scheinbar das set to go ich das richtig sehe Rambath immer, bei uns ist besser als Aquatail, aber Aquatail ist etwas leichter zu aimen. Bei uns ist es ein bisschen eklig an der Switch. Ich try es mal. Ich try es mal, ich try es mal. Hallo Logi, was geht? Wir machen leider gerade letzte Runde, aber ey, falls auch Nils oder Logi die nächsten Tage auch mal Bock haben, irgendwie United zu spielen, dann würde ich euch mal anhauen. Oder Venom, genau so, hallo, Venom, was geht? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nee, geht es sehr gut. Ich glaube, es geht ja auch gut. Ich habe schon gesagt, ich will die nächsten Tage jetzt erstmal so jeden Tag immer so ein, zwei Stündchen United spielen wahrscheinlich. Und danach dann so den anderen Stuff planen. Nein, danke, 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 danke. Okay, okay, easy, easy. Und dann will ich erstmal wieder so ein bisschen back home. Und dann habe ich auch mal wieder Bock, so ein paar größere, coolere Sachen zu machen. Aber immer mal so ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und ich lerne jetzt erstmal die ganzen neuen Pokémon. Ich habe jetzt eben gerade drei Maskagato-Runden gespielt. Save, Jonah, save. Ich meine, ich habe den YouTube-Kanal wiederbelebt. Also, ich bin ja so, so drin. Ja. Lass dir nur von Jonas nichts sagen. Jonas darf mir alles sagen, was er möchte. Ja. 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 Ja, Jonas. Energy Amp. Äh, hätte ich Amp spielen sollen. Ich habe auf United DB geschaut. Ach, stimmt, ich hätte echt Amp spielen sollen, ne? Über Weakness Policy. Naja, ist okay. Wie schlimm ist das? Nicht so schlimm, oder? Eine Ult ist sehr dumm. Ist fine. Okay, 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 okay. Also jetzt nicht übertroll, so. Amp ist das beste Item auf gar was. Amp, schmamm. Okay, 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 okay. Ja, ich habe auch gerade gesehen, ich habe irgendwie Amp mit Weakness Policy verwechselt. Das ist beides blau. Kann mal passieren. Ich bin alt. Aber man muss sich anfangen flalen, ne? Wer macht's los? Ist überhaupt irgendwas passiert? Ist das scheiße. Ist das kacke. Ich glaube, ich chill am Anfang sowieso nur, oder? Ich sehe schon, Jungs haben was gegen, chillen. Okay. Damn, jetzt schon garados. Let's go. Let's just bounce, ne? Okay. Bautz ist aber wild, ne? Okay, let's go. Steak leider nicht. Bautz ist überwild. Aber ich kann mich leider während des nicht bewegen, während dem Charge. Das wäre cool. Ich vergesse es. Ich denke mal, jedes Mal, ich kann mich dabei bewegen. Wie Kare das ausrastet beim Boxen. Dieser Auto-Tags. Das ist so wild. Und was macht meine Ult? Ist das so ein... Muss ich die aimen? Passiert die instant? Ich break wahrscheinlich. Ich muss sie gedrückt halten, um die aufzuladen. Gedrückt halten. Okay, 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 okay. Der wirkt richtig cool. Der hat richtig Spaß. Oh, let's go, okay. Let's go. Ah, okay. Ein bisschen greedy hier, aber greed wird belohnt. Wir kennen die Devise. Ah, okay, kommt noch ein Shackle. Da wird keine Sidious Parade drin sein, gehe ich mal von aus. Ja, aber nicht gleich. Oh, okay, okay. Damn, 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 damn. Okay, 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 okay. Das war nicht schlecht. Das war gar nicht so verkehrt. Ah, ich glaube, ich sterbe. Ah, ich glaube, ich sterbe doch nicht. Ich glaube, ich sterbe. Ah, okay. Maskerato will mich am Leben lassen. Das ist natürlich sehr zuvorkommend. All okay. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich würde die Ult schneller backkommen, wenn ich ja auch Amp hätte, ne? Also, ich habe schon gemerkt, dass sie das Potenzial der Ult erkannt, würde ich sagen. Oh, ich habe auch den Inseln gedrückt. Ja, gut. Habe es wohl doch nicht erkannt. Gar nichts habe ich hier erkannt. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Schmackige 50 Nein, ich bin schlecht Ich bin tot, oder? Das kann nicht sein, dass ich hier so low Okay, ich wollte gerade sagen So low rauskomme Garenos macht Spaß Der macht Spaß, der ist cool Den feier ich Der ist actually ziemlich nice Der ist actually ziemlich cool Das ist ein cooler Kollege Oh schön, schön Jonas Schön, schön, schön Good job, guys Good job Immer noch schnell meine Old Bei den zwei Banzer Ich sag ja Das einzige, woran ich mich noch gewöhnen muss Das man beim Bounce Chargen Nicht laufen kann Ich sag ja Er kam nicht aus dem Dings raus Aus dem Portal Das die drei habt ihr Gehe ich einfach mal stark von aus Naja, das ist gerade sowieso 50 Ein bisschen knapp Hätten wir auch nicht verloren Äh, sagen wir ehrlich Hätten wir auch nicht verloren Oh, okay Das ist wild Also mit der Old Flashen Nein Nachti Nachti Den haben wir noch gesnackt Den haben wir uns noch mitgenommen Ja War cool Das war sehr cool Das war sehr, sehr cool Kann machen Hat die Runde so Einen Trick glaube ich Ich glaube ich hatte so Zwei, drei Aber die waren schon gut Die waren schon echt gut Wieso von einem Slowbro Speeded zu werden True Ich muss mich nur dran gewöhnen Dass ich während Bounce Charge nicht laufen kann Das wäre richtig cool Wenn das gehen könnte Also wenn es gehen würde Das würde ich richtig hart feiern Wenn es gehen würde Das würde ich sehr hart feiern Geht doch eins Ne, wir machen keins mehr 1945 haben wir gesagt Treffen wir uns Ey, GG Es hat sehr viel Spaß gemacht War sehr, 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 sehr cool Ich danke auch euch Für die Games Möchte uns sagen Dass du spät bist D-Flo hat gerade erst Den Call gestartet Aber hat sehr viel Spaß gemacht Danke euch War sehr, 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 sehr cool Ja, ich habe Ich muss mir Mireido noch kaufen Habe ich gesehen Ich habe noch keine 15.000 Coins Aber den will ich auch unbedingt Traten Der ist so ein bisschen wie Xerath Habe ich gehört Das finde ich funny Macht so viel Spaß Ich bin sehr gespannt Bock Bock, 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 Bock Wir haben einen Veganscode Yes, 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 yes Was geht? Was geht? Was geht? Ich muss mir noch Mein neues Paket bestellen Übel Bock Wieder einen neuen Stuff Mir zu holen Das mache ich wahrscheinlich später Gehen wir mal neu Ein bisschen Opening Stark Um sterblich zu sein dabei Alles One-Shot Ja, das tut auch Sehr fair Doch, 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 doch Ich sehe Sind die Ex-Programme mittlerweile Komplett gebannt Im Dings, oder was? Ranked Also Ich dachte am Anfang Man darf nur eins haben Oh, Nico ist noch im Stream Ist schlecht Okay, aber Aber er hat ja auch Dings Er hat ja Stream Ge- Ge- Dings Stream gemutet Ist nicht wahrscheinlich gemutet Gehe ich mal davon aus Ist halt immer offen Wenn ein neues rauskommt Aber sonst band Also für Ho wieder offen Ist Ho confirmed Achso, ihr hört Mein Stream und Bild Scheinlich hat Nico Die beiden Streamen offen Nicht confirmed Aber sehr wahrscheinlich Okay, okay, okay Ich sehe es